Es kommt immer ganz gut, wenn man sagt, kennst du das? Ja, das war hier. Und dann werden die Augen immer relativ groß. Oh, honey, honey, oh, honey, honey, where can you be? Whisperin', when the lights are low, to each teardrop on my pillow. Oh, honey, 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 where are you? I cross the Scudging Desert just to be where you are. I want you, need you, love you. Still, we're apart. When I want to hold you, oh, my, where are you? Honey, honey, my, honey, honey, where can you be? Einige unserer Bekannten, die wussten schon vorher, dass Hartmut hier gewohnt hat, von dem, wo wir doch gar nichts wussten. Wisst ihr, wo er dahin zieht? Okay. Wenn die Wenn die Wenn die Wenn die So, also hier, wo jetzt die Töpfe stehen, da war früher noch Haus. Da, wo die Blumentöpfe sind, war die Mauer von Hartmuts Zimmer, beziehungsweise von meinem Zimmer. Und das Haus reichte bis dort vorne an den Pflanzenrand. Und unter diesem Boden da war früher unser Keller. Hartmut schaute aus seinem Fenster, ebenso wie ich, also nicht der Ich-Erzähler, sondern ich, Oliver Uschmann, auf dieses wunderschöne Gemälde gegenüber, vom Brennscheder Krug. Ein unsterbliches Wandgemälde. Das Haus, das neue Haus, Ihr Haus, steht ja jetzt weiter hinten als das Hartmut Haus. Was ist mit unserem Keller geschehen? Ja, das Haus steht ja, also die Rückseite des Hauses ist exakt auf der, auf der Linie des alten Hauses aufgebaut worden. Wir kriegten also auch keinen Zentimeter von den Stadtbogen geschenkt, um weiter nach hinten einzubauen zu können. Und vorne war ja erst ursprünglich geplant, das Haus auch mit den gleichen Abmessungen wie das alte Haus zu bauen. Und als wir die Baugenehmigung hatten für ein großes Fünffamilienhaus, haben wir uns ja überlegt, dass wir das eigentlich gar nicht haben wollen. Und haben dann neu geplant und haben ein Dreifamilienhaus geplant. Und dann haben wir aber die hintere Begrenzung gelassen und deshalb ist jetzt vorne eben ein großer Platz, dass die Autos abbauen können. Das heißt, der ehemalige Hartmutkeller ist jetzt aufgefüllt wie alte Atomschächte? Der ehemalige Hartmutkeller ist jetzt mit gütegeprüften Recyclingmaterial aufgefüllt worden. Aha, was benutzt man da? Das ist geschredderte alte Häuser. Ich fühle mich gerade wie so ein Archäologe, weil im Endeffekt laufen wir ja jetzt, jetzt im Moment laufen wir durch Hartmut, nee, durch den Lagerraum und den Seminarraum. So, und wenn wir jetzt so weiterlaufen, laufen wir jetzt im Grunde durch den ehemaligen Hausflur von Hartmut. So, und jetzt betreten wir im Grunde das Wohnzimmer von Hartmut, Grund, beziehungsweise die Grenze zum Zimmer des Ich. Ich fühle mich wie in alten römischen Ruinen, obwohl es ja noch gar nicht so lange her ist. Aber es fühlt sich gleich an, als wäre das Hartmut-Haus 2000 Jahre alt gewesen. Frau Habeke, Sie kennen noch das Haus von gegenüber von früher. Im Roman wird darüber gesagt, es war der Schandfleck des Vittels, stimmt das? Ja, es war alt und verkommen. Von außen sah es ja noch ganz passabel aus, aber wenn man reingegangen ist, dann war es doch sehr übel. Es war ja im Grunde nicht mehr bewohnbar. Der Boden war schief und es war alles verschimmelt. Das Dach war offen, es regnete rein. Es war eine Katastrophe. Also, man betrat das Haus und wusste genau, das kann man nur noch abreißen. Auf den ersten Blick schien es uns schon günstig zu sein. Wir hatten nur die ganzen Vollkosten nicht berechnet. Man muss natürlich von dem Grundstückspreis dann den Abriss des Hauses abziehen. Das haben wir wahrscheinlich in vollem Maße nicht gemacht. Also, letztendlich war es ziemlich teuer, die ganze Angelegenheit. Was Familie Hubert ja heldenhaft getan hat, liebe Besucher der Hartmut-und-ich-Ausstellung, die Sie das jetzt sehen. Familie Hubert hat die oben unter Glas zu besichtigenden Artefakte Küchenlampe sowie Hausnummer aus den Trümmern gerettet. Richtig? Hausnummer, genau. War die schwer zu finden? Nee, nee. Die war vorher sehr leicht zu finden, aber sie war dann während des Abbruchs doch verschütt gegangen. Der Baggerfahrer hat sie dann sehr heldenhaft wieder aus dem Schutt geboren. Ein Lob dem Baggerfahrer. Und die Lampe, war die tief vergraben oder lag die zufälligste am Ende so auf dem Haufen, wie ein Krönchen oben drauf. Die haben wir schon vorher gerettet. Ich wollte die unbedingt halten. Ich wollte unbedingt diese Lampe haben und mein Mann hat mir müllfrontlicherweise abgeschraubt. Ein paar Bäckerfliesen habe ich auch noch bekommen. Es muss hier früher mal eine alte Bäckerei gewesen sein, hinten in dem hinteren Teil des Schuttens. Und da habe ich noch auch so ein paar Fliesen, die wahrscheinlich wirklich 100 Jahre alt sind, behalten und halte die auch in Ehre. Wir sitzen hier mit dem allgemein gelehrten Jan Hubert, Sohn der Familie Hubert, dem überhaupt zu verdanken ist, dass wir diesen Film machen können, da er mich damals gefunden hat und ihm auffiel. Mensch, wir kaufen das Gelände, das einst Hartmut gehörte. Ich wusste, dass es das Buch gibt, weil viele das gelesen hatten und man davon hörte, dass es das gab und dann ging es, glaube ich, über MySpace oder sowas ähnliches auf die Webseiten und dann habe ich gesehen, da wollte ich mich mal melden einfach, dass das jetzt abgerissen wird. Der Blick aus dem Fenster des Ich-Erzählers und auch aus dem Fenster des Wohnzimmers, wenn man sich weit hinaus lehnte, fiel und fällt immer noch aufs Bochumer Paradies der Frittenbuden. Der Leckerbissengrill. Unterabteilung der Gaststätte Sayer und Heimat der Kriegsveteranen. Im Roman. Du bist ein junger Mann, der auf diesem Gelände wohnt, das heißt, du gehst mindestens dreimal die Woche zu Sayer. Ne, ich geh nicht mal einmal die Woche zu Sayer. Warum nicht? Aus ernährungsphysiologischen Gründen kann ich mir das nicht häufiger erlauben. Hast du denn die berühmte Pommes-Spezial aus Hartmut schon mal probiert? Ein großer Fan ihrer Gesamtkunst hat mich dazu genötigt vor einem guten Jahr oder ein bisschen länger schon. Genötigt? Großes Kino. Ja? Pommes-Spezial. Großes Kino. Pommes-Schlamm. Das ist was anderes als Spezial. Es gibt ja Pommes-Schlamm-Speziale. Wie lange Sodbrennen? Keine Sekunde, also Untergang wie Öl. Ist ja auch im Prinzip nur Öl. Seitdem auch nicht mehr gehabt das Vergnügen. Du wirst ja eigentlich mal wieder Zeit jetzt. Einmal ein Pommes-Spezial mit allem, was dazugehört. Und du? Du möchtest immer so. Oh, zweimal. Zweimal. Ja. Wie Oben-Bodo. Oben-Bodo. Wollt ihr das nehmen oder ist der hier? Wir, hier. Ja. Ja. Ich esse nicht oft da bei Sayers. Also soll aber nicht schlecht sein. So meine Herren, bitteschön. Danke schön. Gerne. Die Pracht Wiemelhausens. Haben Sie noch irgendeine Erinnerung an die Bewohner? Nein, überhaupt nicht. Sie kennen mich ja auch nicht mehr. Ich kenn keinen davon. Keinen. Okay. Dieses Haus da drüben ist im Roman das Haus, wo die IT-Firma sitzt, in die Hartmut in der Geschichte Stress hineinstürmt, den Kaffeefilter aus der Maschine reißt und in einem manischen Anfall in seine Maul zerfetzt und im Büro verteilt. In Wirklichkeit ist dort natürlich keine IT-Firma, aber das wäre in diesem Gebäude. Ja? Wir sehen nichts. Wir sehen Steine, die weißer sind als der Rest. Hier stand früher, und früher ist erst fünf Jahre her oder sechs oder sieben, eine Telefonzelle. Kennst du sowas noch? Kennt die Jugend gar nicht mehr, die jetzt die Hartmut Bücher liest. Da stand eine Telefonzelle, in der Hartmut und ich relevante Telefonate geführt haben, in der Zeit vor dem Mobiltelefon. Das ist halt schon zehn Jahre her, fällt mir gerade auf. Ich weiß nicht, ich krieg das Ding mehr zusammen, wenn man älter wird. Wir sehen, das IT-Haus, in dem Hartmut den Kaffeefilter zerfetzt, ist in Wirklichkeit eine Steuerberaterkanzlei. So, hier war eben damals ein viel breiterer Zugang zur Scheune. Gehen wir durch. Dieser formschöne silberne Schornstein war selbstverständlich am alten Haus nicht ansatzweise zu denken. Alles am alten Haus war brüchig, rissig und lebensgefährlich. Aber die Mauer hier links, die dürfte noch aus der Zeit stammen, als Hartmut hier gelebt hat. Die sieht sehr antik aus. Was wir hier sehen, diese formschöne, unglaublich wie Bundesgartenschau gestaltete Landschaft, war und jeder Leser und jede Leserin der Romane weiß das früher ein unfassbares Dickicht. Lebensgefährlich, mit einem pechschwarzen, abgedeckten Teich, unbegehbar Dornengestrüpp. Und jetzt guck dir an, was die Nachbesitzer daraus gemacht haben. Davor verneige ich mich. Thema Garten in Hartmut und ich, wie auch in der Wirklichkeit, weil dieses wunderschöne Gelände, in dem wir hier sitzen, die finsterste Wildnis Bochums. Wie sah das aus, als Sie es gekauft haben? Und wie zur Hölle bekommt man es hin, aus dieser Wildnis so einen schönen Garten zu machen? Ja, das war finsterste Hölle. Wir konnten das Grundstück ja auch nicht ganz besichtigen. Wir konnten ja nur vielleicht so bis hier Richtung Teich, konnte man das betreten. Und ja, mit Hacke und Säge haben wir das alles begradigt. Und Schere. Und Schere, ja. Wir haben 480 Kilo Brombeerranken an zwei Tagen hier abgeschnitten und haben die hinterher wiegen lassen und wussten dann, dass es 480 Kilo waren. Das hat mein Sohn und ich erledigt und es war schon eine ordentliche Maloche. Aber dann durften wir bis ans Ende des Grundstückes nur durch das Abschneiden von den Brombeerranken ohne Wurzeln. Und die, weißt du, 15 Birken oder die waren das? Ja. 15. 15 Birken, sehr viel Brennnesseln. Die Birken liegen ja noch da hinten. Ach so, da sind die Birken. Da sind die abgeschnittenen. Ah ja. Zum Teil. Zum Teil sind sie auch direkt auf der Kippe gelandet. Ja. Also die Apple-Unternehmen hat auch noch einige mitgenommen. Das sind die, die wir selbst abgeschnitten haben. Ja. Spürt man irgendwie noch den Geist von Hartmut hier auf diesem Gelände? Am Anfang haben wir ihn stark gespürt, wenn man Dinge gefunden hat, die damit verbunden waren. Seitdem nur, wenn meine Tante den Namen Hartmut in den Rasen tanzt.